Hi, schön, dass du reingeschaut hast. Wir spielen heute ein kleines bisschen Arma, beziehungsweise spielen es eigentlich relativ. Ein paar Leute haben mir vorgeschlagen, dass ich mal mit reinjoine, während sie Arma zocken und das, was dabei rausgekommen ist, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Es sind ein paar, naja, relativ witzige Szenen entstanden. Also schau doch einfach mal rein, wenn du gerade ein bisschen Lust hast. Ey Junge, lass mich aussteigen. Ich habe einen Vierfach-Zub auf meiner Waffe. Dann steck doch raus. Keine hinter dich dran. Ich würde dieses auch gerne überleben. Oh, Alter. Ihr könnt ja neue Kinder zeugen. Welche checkte ich? Vor allem nochmal gegen eine Wand steuern. Oh ja. Wir müssen ja auf lange Sicht noch unser Team vermehren ein bisschen, damit wir auch so Clan-mäßig mehr Leute werden. Stimmt. Ganz schlechte Idee. Habt ihr schon mal viel über die Aufmerksamkeit, Leute? Da vorne ist eine Leiche. Das ist die Frau. Leicheständung. Ne Leiche. Ich habe ne Leiche gesehen. Ich will das Geld haben. Deck, außen nimmst du. Oh. Ey, anhalten. Nein. Bitte Mann. Ich will nicht mit dir mitfahren. Wir sind gleich im Airfield. Da sind bestimmt laufende Tanten. Oh, fliegen wir dann? Da war ein Tanktor. Wie, oh, fliegen wir dann? Wir haben nicht mal einen Heddy. Hm. Ja. Pass drauf. Wir haben gerade mal irgendein echt perverses Auto und er trompt gleich vom Fliegen. Kann ich denn? Kann ich denn jetzt einfach aussteigen? Nein. Da ist auch noch ein Moral und noch ein V3S und noch ein Moral. Und noch ein Moral. Hier sind sehr viele Fahrzeuge. Noch ein Moral. Und noch ein Moral. Wir sind überall Leichen. Vielleicht sollten wir nicht direkt übers Airfield fahren. Aussteigen. Über's Airfield. Sagte er und fährt übers Airfield. Naja. Ja. So muss das sein. Ich habe gesagt, wir sollten es nicht tun. Ich habe nicht gesagt, dass wir es nicht machen. Stimmt, das war mein Fehler. Da habe ich nicht richtig zugehört. Hey, A und zwei. Oh, ein Flugzeug wäre jetzt richtig gut. Das ist doch eine. Ja, aber das ist ein bisschen ausgebrannt. Ja, wollte gerade sagen. Ah, fahr, fahr zur Seite, fahr zur Seite. Ich bin tot. Ich glaube, wir sterben. Ich lebe noch. Juhu. Cool. Dann lass uns irgendwo weg hier. Dann bleibt hinterm Haus. Natürlich haben sie direkt wieder eure Geheimwaffe erschossen. Jetzt habt ihr überhaupt keine Chance mehr. Tja. Alle guten Leuten tot. Tja. Und nachdem wir gestorben sind, haben wir uns alle wieder versammelt. Und das ganze Video fängt ein bisschen abrupt an. Von daher, jetzt genau aufpassen. Jetzt in diesem Moment. So. Weiter geht's. Was eine blöde Ankündigung eigentlich. Naja. Machen wir mal weiter. Oh. Oh, Alter. Ey, Leute. Ich hab nur so einen Scheißwagen. Ich komm nicht über den... Durch die Sahara. Ja, dann komm mit in mein Auto. Ich hab sogar Luftlöcher drin. Ist doch gut, wenn es keine Riegel gibt. Ja. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Ich bin Fahranfänger. Das nennt man extra Luft zu fü. Damit wird der Motor schneller. Ja, genau. Das ist quasi so ein extra Feature. Das hab ich mir einbauen lassen. Gerade eben, als keiner geguckt hat. Ja. Da ist doch ein Airfield. Lass uns drauf fahren. Das hat ja gerade schon so gut geklappt. Hier sind ganz viele Wagen. Weißt du, was auch in der Nähe ist? Ein Airfield. Oh. Aber der Ammo Truck, der hat da NPCs bestimmt. YOLO. Deine Vorwand. Ähm. Helson. Stein. Bauer. Busch. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wer ist er? Weiß ich nicht, aber er ist tot. Wir sind gleich tot. Wie wär's, wenn wir so eine Stealth-Aktion machen oder sowas ganz taktisches und... Ach, egal. Motorräder rum? Du bist gerade bei FOV auf dem T-Speed. Das glaubst auch nur du. Das stimmt. Taktik. Ja. Taktik. Marius hat den meisten Spaß. Er fährt mit mir mit. Wir werden beschossen. Ja. Aus dem Tower. Einfach nicht weiter beachten. Und hinter uns ist ein Auto. Der hat keinen Grünpunkt. Das gibt es nicht. Wie sie lassen uns den mal strecken. Fahr mal links rum. Ey, guck mal. Ich seh den sogar. Soll ich immer drauf schießen? Eventuell? Wir messen den uns jetzt. Hey, Kumpel, um aufzuschießen. Wir töten dich jetzt eh. Oh, der ist aber aggressiv gewesen. Oh, der ist sehr aggressiv. Ich renne auf den Tower hoch. Versucht einfach, ihn weiter abzulenken. Ich renne jetzt in den Tower rein und töte ihn. Der ist oben drauf. Auf der Glaskuppel. Ganz oben. Oder an der Glaskuppel. Tja, haben sie schon wieder den besten Mann gekriegt. Ich hab fünfmal getroffen und nicht getroffen. Du hast fünfmal getroffen und nicht getroffen. Ja, das passiert manchmal. Okay, ich renne mit der AK rein. Jo. Also, er guckt auf mich. Der lukt wieder oben raus. Er beachtet die Treppe. Er guckt auf mich. Ach, ich hab's auch gar nicht so weit zu euch. Ich bin jetzt die Nachhut. Okay, er guckt die ganze Zeit auf mich. Ich renne einfach rein. Der guckt die ganze Zeit zu mir. Guckt immer noch zu mir. Immer noch zu mir. Immer noch zu mir. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Und jetzt clean. Ich hab keine Munition. So muss das. Ich renne rein. Ich seh ihn. Ich klicke. Klick, klick, klick. Scheiße. Ey, ich geh mit der Pistole hoch. Ja, warte. Ich nehm mir kurz vier Magazine. Das war jetzt... Ich dachte, ich hab Munition. Das war jetzt einfach nur... Alter, was das für ein Schockmoment ist. Ich geh da hoch. Klick, klick. Ach Mist, jetzt hab ich gar keine grünen Punkte mehr. Er hat auch keine Muni mehr. Er hat keine Muni mehr. Bei ihm klickts. Okay, ich geh jetzt. Ich mach es nur. Ich bin hinter dir. Warte, ich geh einfach hinter. Bleib mal draußen. Bubbles hinter dir. Bubbles. Oh, 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 oh. Ich warte. Ich bin genau hier. Bubbles. Oder willst du eventuell fahren, weil du weißt bestimmt, wo ich hin muss? Oder andersrum. Ich gucke jetzt erstmal ein paar Autos. Okay, er ist tot. Achso. Lass mich wieder vorbei. Warte, wer bist du? Ich. Ich darf mich nicht. Ich nicht. Du hast gar keinen grünen Punkt über den Kopf. Warte doch. Der war nur ein bisschen zu hoch. Ich dachte mir gerade so, lol. Oh, nice. Eine G36C. Ich glaube, ich hab mir ein Scheißgefährt ausgesucht. Warum? Es fährt so langsam. Vielleicht liegt es daran, dass die Reifen kaputt sind. Ja, das könnte sein. Dann steig ich mal lieber aus. Alter, hat irgendjemand Standard-Munition? Ich. Ich hab eine M16A4 ohne Munition. Ich kann dir gleich was abgeben. Ey, ihr seid echt zu gut. Ich krieg jetzt überall Geld von euch. Ähm, ich hab ein Auto. Was, ich verliere Geld? Wie blöd. Ja, wenn du stirbst. Ach, das ist ja scheiße. Mit dem Geld können wir uns beim Gunshop was kaufen. Oh, okay. Du stirbst so oft wie möglich. Ja. Dann machen wir ja bis jetzt alles richtig. Ja, das ist gut. Ähm, ich fahr da mal zu diesem Ammo-Truck. Wenn ich meine Waffe aufladen kann, dann schieß ich alle Bots tot. Und dann haben wir genug... Oh! Sieh an, sieh an. Das ist der Ammo-Truck. Ey, warte, ich komm mit. Hallo, Gunshop. Ich hab nur noch keine Munition. Ach, das sind ja gerade mal 6 Kilometer. Gunstore. Ähm, wie viel Geld hab ich? Ähm, ich brauch Starnak-Munition, dann kann ich da diesen... äh, das Teil da... Wir können uns... Warte mal, wo ich grad hin will. Gar nichts leisten. Na, dann guck ich gar nicht erst. Wo seid denn hier gelandet, Busy? Ich kauf dir was. Wo seid denn hier gelandet, Busy? Kein Kinderriegel, bitte, den hab ich schon. Naja, was anderes schwarz ist. Oh, nein. Aus Leder. Guck mal bitte in die Kiste. Ja. Ist fast wie ein Kinderriegel. Haa. Ich hab dann PKM ohne Muni. Oh, schön. Wenn ich jetzt in die Sonne gucke, bin ich bestimmt blind. Ja, nur schade, dass es auf solchen Server nicht nacht wird. Naja, immerhin hab ich jetzt... Darf ich's aufsetzen? Mit N, oder? Ja. Huuu. Aaaaaah. Naaah. Okay, das geht wirklich nicht. Das ist komplett im Arsch. Wieso hast du dir mein Night Vision gekauft? Weil er's kann. Ja, genau. War wahrscheinlich das einzigste im Budget. Das ist so ein kleines Andenken. Ja. Damit er immer weiß, auf dem Only Day Server brauchst du kein Night Vision. Genau. Ja, er hat sich bestimmt gedacht, ich bin so gut, ich brauch wahrscheinlich jetzt erstmal ein Item, was so überhaupt nichts bringt. Genau. Night Vision. Yeah. Perfekt. Wir sind gar nicht weit weg vom Airfield. Ich würd sagen, wir fahren zum Airfield wieder. Ja, aber da wir jetzt wissen, wo der hängt, beziehungsweise wo der Ausschau hält, können wir ja eventuell so von ganz weit weg und mit richtig viel Tamtam und Trommelwirbel die wegfetzen. Wo sollen wir hinfahren? Ich bin der Beifahrer. Wo ist der Ammo Truck? Da, wo Ammo Truck steht. Oh, das ist weit weg. Ich hab mich grad verguckt. Egal, 6000 Meter. Das hört sich nach einem Roadtrip an. Mit einem süßen kleinen roten Auto. KSVK. Hast du? Ja, ohne Muni. Alter. Wenn du jetzt noch Muni hast, ey. Was sind die KSVK? Ja, gerade die war ein 50 Sniper. Und zwar ein fettes Kaliber 50 Sniper. Ach so, ja stimmt. Diese russische Ace-50. Die russische Ace-50, genau. Ja, aber mal ohne Scheiß, was sind wir denn eigentlich für so einen Spackenverein, wenn wir nicht mal mehr so Waffen und sowas haben? Sind wir nicht mal Militär oder so, storytechnisch? Nein, storytechnisch sind wir einfach nur Leute, die sich, die in Aufstand machen. Ach, okay. Dann ergibt das Sinn. Zwei Leute haben Krieg und wir sind die, die Aufstand machen. Weil es gibt Blufour, die haben halt alle, sind so gruppiert und Blufour sind alle gruppiert. Lauf, das ist ein schönen, haben wir mit MG. Und Independent kann halt so kleine Mannschaften machen, dass man alle Gegner hat, weißt du? Ach, okay. Verstehe. Müssen sich die anderen dann auch die Sachen zusammenfarmen oder haben die die automatisch? Nee, die müssen auch alle farmen. Jeff? Ja. Guck mal. Oder wo ist der? Indirekt vor dir. Ach, der steht da. Ihr zum Armutruck. Ah, wir können jetzt gerade noch was machen. Geh mal in Game Option. Ähm, ja. Warte, dann mach ich mal kurz den Shrepsy aus.